ARD Text im Auftrag von Funk Ja, hier ist ein Dog auf der anderen Seite Ist nicht oben auf den Kern gewesen? Dog ist vor mir Pulse auch noch Beide tot Pulse und Dog Wenn Chris als Einziger von hinten geht, ist das schon etwas gut Das war's was? Der ist mir weg Das war's nicht ohne, ja? Das war Smoke Strip ist clear Strip ist clear Strip ist clear Äh, in Dingen selber ist Ich mach Strip auf Ja, da ist ein Pool, da ist noch irgendwo Ella Strip ist offen Ich mach jetzt Strip komplett auf Da vorne ist einer Warte Lies Lies Ella, Ella, direkt am Pool Blitz Smoke vor mir Wow Smoke tot Du siehst Er lautet mich Er hat eine AP Er hat eine AP Hier Er hat mich gekillt Cavera In Bar In Bar Wo auch immer das ist Ist jemand One's on B in Bar Ich hab's ja weg Okay, dann ist nur noch der eine bei dem Beim Sledge direkt um die Ecke Last one direct by you Ich hab's Dann hab ich's fegel Cover him please, Sledge Bento, 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 Bento What, what that? Ich drehe mich grad so um Du hättest tot sein müssen, ne? Ja, ich glaub der Schild hat ein bisschen was abgehalten Aber der hörte sich bei dir so links an Ja Der ist halt kein Nazi Der ist halt kein Nazi Aber Wie ich mich umdrehe Plötzlich guckt er mich so an Ey, what's up? Michael Kuh Kuh Scheiße Alter, die haben hinter meinen Rücken einfach mal die Wand aufgespringen. Chris, bist du los? Ja, ich hab nur... Ah, ist noch einer, aber... Ach, ich wusste ja vier. Treppe, Treppe. Ich höre nen Schild, Spasti. Schild, Spasti. Ist das schon die offizielle Bezeichnung? Ja. Du hattest den Schild, oder? Ich weiß nicht, irgendeiner hatte ich. Fuse sah es aus. Bis ich auf Fuse mit Schild hier unterwegs war. Ja, Fuse. War nichts, ich hab den Winkel. Schauen, ob das der Schild war. Schau mal kurz. Das war ein Schild, Spasti. Michi, ist er noch bei dir? Ich höre nix im Moment. Was ist das, Michi? Du blockierst mich hier? Ich glaube, da ist was am Fenster. Es sind die beiden unter uns hier, die Geräusche machen. Ja, hier ist was. Hier ist was am Fenster bei mir. Ach, Mann. Tvixi for- Tvix by force, Mann. Danke Michi viel, Colt. Ist hier was los? Entweder ist er gemutet. Okay, wir sind tot, wir sind tot. Wieso? Nur Mario ist tot. Ne, Mario ist tot, ja. Das geht doch noch. Ich kann das mal sehen, was er überlebt hat. Wo Mut hat. Paar HP. Hinter dir, Alex! Ah, fuck! Okay, gut. Ich dachte, Chris wäre hinter mir. Ah, fuck. Defuse auf mein Chris. Verhöre! Verhöre! Und schieß die andere ab! Okay, doch nicht abschießen. Warte einfach. Du weißt, was passiert. Ja, 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 du weißt, was passiert. Ja. Bloody, lass mir einen Sekt. Ach so. Durch die Wand. Also, ich bin jetzt gegen einen, oder wie? Alle gegen einen. Was, du? Du hast nur eine. Du hast einen Schuss raus. Eins kurz durch. Einfach durch. Du weinst er! Nein! Einfach durch, genau! Das heißt, du hast jetzt gar kein Ace-Million, oder? Nein. Nein, keine Sorge. Das hat sie nur drei. Also das wären nur zwei... nur zwei Kids. Die kommen auch von da, von Richtung Osten. Umut, weg da bitte. Und aufpassen. Nicht da stehen. Du kannst nämlich da geholt werden von den Fenstern. Von da oben. Du hast gerade eben das Skylight gesehen. Das passiert, was Alex hat passiert. Schießen von links, hinter dir. Da ist da so ein Glasfenster. Ein Glasdach. Von da schießt nicht hin. Pass auf Umut. Ich hab doch gerade gesagt. Ey, ich lebe gefährlich, ja. Was? Scheiße. Das war echt gefährlich. Alter, ich siehs einfach nur mal Test aufs Fuß. Ah, wie ist der da? Fuck. Wieso hab ich ihn schon umgebracht? Er hatte kein Schild. Zwei Stück waren bei mir. Was? Ja, ich schau schon da hin. Ein Schildtypi und äh... Oh, aufpassen. Oh. Super dumm. Ach. Ach. Da rieb ich noch. Ah! Was hat der denn da gemacht? Alter, dieses Echo. Dein Ernst? Das ist ne Kapkan-Falle, ne? Ja. Das ist ne Kapkan-Falle, ne? Ja. Alter. Alter, mein Baum tut weh. Das ist so schön. Wir haben Probleme. Alter. Ey Alex, wie hast du das gemacht? Weiß nicht. Wir haben Probleme. Alter, das Echo war so geil. Alter. Hey Chris, hast du das aufgenommen? Warum fragst du mich da ständig? Ich nehm mal nachträglich auf. Ja, okay, aber das stimmt doch auch dabei, oder? Das muss aufgenommen werden. Alles ist dabei. Das musst du nehmen, Alter. Das musst du nehmen. Ja, aber es dauert. Ich hab so viele Aufnahmen. Was ist dein Ernst? Ich bin... Hab den Schild ausgefahren, hab auf Gegner geachtet. Ich hab nicht auf die Falle geachtet. Ich hab nur auf die Kapkan-Falle. Ich hab nur auf die Kapkan-Falle. Kannst du hier noch reinmachen, irgendwo in die Wand? Wieso? Aber Michi, bei der Geisel war auch eine. Guck zu Geisel, Michi. Da war auch einer. Ja, das war wahrscheinlich nicht. Aber guck trotzdem nochmal nach. Ja! Schön gemacht, Michi. Abholen. Entferner. Kapkan-Falle. Ja, muss weg. War lag. Wer stört? Immer. War lag. Wie er hochgedrückt. Wer stört? Oh, es ist gläß. Fuck, ich bin tot. Könnt ihr euch bis mit dem Sterben gegrünen? Ich kann's nicht abwarten. Ich hör nicht. Fletch... Shotgun? Was? Ja, hier haben alle Auto-Shotgun. Nimm die Shotgun und Gas rein. Ich hab' das nicht abwarten. Ähm, dieses ist wirklich so, ne? Ähm, dieses ist wirklich so, ne? Alles klar! Alles klar! Das war geraten, ne? Der Sehner muss nicht, und der andere muss ja irgendwo anders sein, ja? Alter! Schleicht! Danke! Du hast was aufgenommen! Du hast was aufgenommen! Oh, warte! Ich hab's jetzt aufgenommen! Ah! Du musst einfach mal ne Folge rausbringen, wo hinter jeder Szene gefragt wird, wurde das aufgenommen. Achso, nee, 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 nee. Hey, komm mal her! Wo ist Omi drum? Komm mal her! Wieso? Hast du ne Dart-Scheibe? Wenn die Mitte trefft, kriegt er ein Eubo. Oh, warte! Ich hab' sogar nen Pfeil! Ich hab' sogar nen Pfeil! Nein! Ich bin die Kapital! Wissenheit, ist der Raum frei? Ja! Kann ich mir das Handy holen? Könnt' du sogar planten? Ich hab' die Mitte getroffen! Ich will mit dem Eubo! Wollen wir nicht mehr planten? Ja, sag' das uns auch an Alarmiraten! Oder? Ja, ich hab' die Mitte getroffen! Oh Gott! Don't open! Don't open! Don't open! Don't open! Don't open! Ey, ich seh' da ne Bombe! Ist das unsere Bombe, ne? Nein! Das war so dumm, dass sie den Dropper zugemacht haben! Fuck! Fuck! Ah, meine Beine! Ich hab' mich verletzt! Ja! Ja! Ich hab' das lieber richtig mitgekommen! Dass ich diese Kamera nicht hab' Ich hab' irgendwie... Ah! Ah! Jetzt war'n zu mir! Kameras, du hast nur noch verletzt danach! Ja! Ah! Was? Was? Warum macht ihr das mit so ner Termitladung drauf? Wie soll das sonst gehen? Der wird doch noch rein! Warte! Also! Warte! Euhh! Warte! PBER! Oh! 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 Ah! Ah! D fairly�GLISM! Ja! 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 Vier! Warte! Ich hab ein Problem, dass ich nicht zielen kann. Es ist so, dass das Badezimmer offen ist und die Türe noch. Ich kann jetzt hier aber auch nicht direkt weggehen, sonst sehe ich nicht, ob ein Badezimmer einer reinkommt. Badezimmer ist einer drinnen. Einer weniger. Der letzte bei dir? Kann sein. Der letzte war der letzte. Ach, du wolltest die mal besuchen kommen? Christian, das war Dix. Ja, voll weit weg. Doch, Alter, lass dich gehen. Du musst du schwängern und dann... Also ich wäre bereit, wenn ihr soweit seid. Ach so, bist du bereit zum Schwängern? Ja, aber nur, wenn ihr auch bereit seid. Was? Hast du heute schon Schamlitten-Cabrio gesehen? Alex, was ist los mit dir? Ja, das Wort ist voll im Trend, hab ich gelesen. Was? Was? Ich hab eben von seiner Existenz erfahren. Seit mit ihrem Studium fertig ist. Ich will hier nicht zu viel Stress auflegen. Ich will hier nicht zu viel Stress auflegen. Ähm, und halt... Was heißt, ich mit Regen irgendwie jetzt das ganze Studium versauen. Verstehst du? Oh, oh, da ist ein... Habt ihr gerade geschossen, Leute? Oder war das gerade ein Gegner? Das war ich. Ah... Au... Mann! Ja, da war richtig gerade mein Gorn. Habt ihr die aufgemacht? Ja. Nö. Ich geh von hinten. Du nimmst ihn von hinten. Mario, nee. Chris, wer ist denn von hinten? Hing gehst du? Geh runter. Dahin, wo ihr nicht hingeht. Lass mal von der anderen Seite gehen. Ähm, Umut. Oder mit Mario. Nee, mit Chris zusammen. Wer ist Umut eigentlich? Ist der auch in der Fake-Con-Order-Gruppe? Ja. Ja, der heißt... Hat den tollen Namen hier. Den einen. Power-Man. Das ist hier die Wix-Vorlage. Ja. Die Wix-Vorlage ist Umut. Chris, du bist noch zu, ne? Hast du bitte die Züge drauf? Ähm... Kann man mal... Einmal einen Schritt zurück, Chris. Wie heißt Umut in der Gruppe? Umut. Wix-Vorlage. Was? Das war ein Headshot bei... Die hat ein Headshot krassiert. Mario! Was? Von wo? Oder war das denn? Ah! Was? Warte, weg einfach von da. Ich komm von nach und rein. Ja. Ja doch, klar. Irgendwo ist da was. Ja, aber... Der hat sich versteckt. Okay. Concentration. Nein. Warte. Warte. Moment. Au. Nur noch... Ja, das war einer. Das war... Das war die. Ja. Ja. Oh, das steht aber hier. Oh, das steht aber hier. An der Garage. Alter. Ich geh sofort. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Sollen wir nicht zu euch rotieren? Nö. Nein! Nein! Komm, um und wir rotieren. Ja. Macht ihr eigentlich in der Zwischzeit auch mal was? Ja. Ja. Von rum und rein. Ich hab's nicht bekommen, hinterher wegzukriegen. Warte, ich bring das ganze Team um und es ist noch eine Reihe da übrig. Gib mir Deckung. Wo ist der? Ah, da. Hinterm Wellen. Hinterm Wellen, Mario. Hinterm Wellen, Mario. Ist schon weg. Gelaufen. Mir fällt auch, ich muss morgen wieder arbeiten. Ich hasse es. Ich komm nicht durch. Ja, dann im Game eigentlich, aber okay. Schade. Jawohl. Ich bin nicht 18, by the way. Ich war so ganz klar bei dem Ace-Wall. Wobei, das war so im richtigen... Schade. Schade. Ist das eine Pistole? Ja. Die geht zum Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Ach so, das. Du Hurensohn. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zauern. Zauern. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Ähm. Lass mich. Oh mein Gott. Objektiv. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vielen Dank.